Folge 7 Uncharted Teil 3 Wir sind zurück Und dieses Rätsel ist natürlich ein bisschen knifflig Und äh Ja wir versuchen es einfach weiter So Dann müssen wir einfach mal geradeaus gehen Und dann ähm Jetzt nicht Waffe laden Ja das wissen wir ja schon Geradeaus Oh da knap Ja 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 Das X auf jeden Fall Wo waren wir jetzt falsch Das ist knifflig 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 Also das X Dann müssen wir glaube ich nach oben Oh scheiße Nochmal Ja das ist echt knifflig Dann nochmal Also hier hoch Und dann äh Konzentration jetzt gerade Jawohl Jawohl Das ist stockfinster Hast du mal Licht Klar Oh da kopf jemand gerade an meiner Tür Das ist wohl mein Hund Warte mal ich nochmal ein kurz auf für die Nelly So und herzlich willkommen Nelly Ja So da ist wieder Sullivan Moment Erinnert dich dieser Ort an etwas Ja Und zwar an Marlos gruseliges Versteck Sully Sully das ist John Dees Labor Hier draußen In Frankreich Tja er folgte den Hinweisen bis zu den Kreuzzügen So wie Lawrence Hey Sieh mal Wieder Sabir Was sind das für Symbole Er hat wohl an etwas gearbeitet Hier ist so etwas wie eine Nachricht Auf Hinoj Kannst du es entschlüsseln? Es geht Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt Er hat ja mit Magie Geister beschworen Ja Oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg mein Junge Oh Klar Hilf mir schieben Schlauer alter Mistkerl Oh danke Nicht du John Dees Oh Bloß nicht runterfallen hier Dann geht's mal wieder nach unten Da haben wir es Sully gib mal Feuer Ach viel besser Also irgendwann solltest du mal deinen eigenen Streichhälter bei dir haben Wovon redest du? Da ist ein Tier Oh Sieht aus als wollten wir etwas draußen halten Oder drin Hier Hilf mir mal Alles klar Scheint die Familie in Kauf zu sein Dein Freund Godfrey müsste hier liegen Mit etwas Glück Wenn er etwas über das Atlantis der Wüste wusste Dann haben wir es mit ins Grab Dann suchen wir das Grab Genau Alles sehen Und war mal wieder ein Rätsel Wollte das zu lösen Brachte es aber nicht zu Ende So So Verschiedene Symbole. Was ist das? Mit der Mittelalter-Spielshow. Echt raffiniert? Ja. Was gefunden? In diesen Kräften scheint er nicht zu liegen. Nein, nein. Sie haben sein Grabbestimmt versteckt. Such einfach weiter. So, die kann man nicht. So. Bisschen wieder knifflig. Moment, das sind jetzt echt Rätsel, die es echt hinter sich haben. So, das Pferd muss nach unten. Aber was ist hiermit? Mal versuchen. Da war noch das Pferd. Doch. Das müssen verrückt. Okay. Das müssenvida. Ach nee. Ich weiß nicht. Kann man nicht das andere nehmen? Ah, das ist schon... Knifflig, knifflig. Gerade am überlegen. Aber was ist denn mit dem Ding hier? Ah, ja. Da kann ich jetzt wechseln. Ah, okay. Ein Vogel. Das habe ich glaube ich schon. Das Pferd. Ich habe es. Okay, haben wir gut gemeistert hier. Vorsichtig. So, dann sage ich mal wieder, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Das ist es. Hier, halt mal, ja? Klar. Sieh mal, eine Art Amulett. Hier steht etwas. Puh. Du machst das also direkt auf Lanzelag, was? Mhm. Das ist Zabeisch. Also aus dem alten Jemen, was? Ja, genau von dort, wo Francis Drake im 16. Jahrhundert gelandet wäre. Vielleicht der Name einer Stadt? Ja, vor 3000 Jahren. Wo sollen wir ohne den Rest der Hinschrift suchen? Dann hoffen wir, dass die andere Hälfte in Syrien ist. Ja, und dass Katha und Chloe sie finden. So, nochmal. Das war's mit dieser Folge nun. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Ciao.